France. Paris. 25. Juli 2000. Flughafen Charles de Gaulle. 12.30 Uhr. 100 Männer, Frauen und Kinder checken für Flug AF-4590 ein. Sie kommen aus ganz Deutschland und freuen sich auf die Reise ihres Lebens. Ein Traumurlaub, der mindestens 13.000 Dollar pro Person kostet. Er beginnt mit einem Überschallflug in der Concorde nach New York. Anschließend ist eine Luxuskreuzfahrt in der Karibik vorgesehen. Jörg Meyers Vater gönnt sich diese besondere Reise anlässlich seiner Pensionierung. 2000, da war er 65 Jahre alt geworden. Und er wollte sich und seiner Lebensgefährtin damit etwas Gutes tun. Wie gesagt, gereist sind beide gerne. Und da musste immer etwas Besonderes dabei sein. Die Concorde ist kein Flugzeug wie jedes andere. Es ist elegant, luxuriös und vor allem super schnell. Bei einer Fluggeschwindigkeit von mehr als 2200 Stundenkilometern fliegt man in weniger als vier Stunden von London oder Paris nach Amerika. Die einzigartige Form der Concorde mit ihrem bleistiftdünnen Passagierraum und den riesigen Delta-Tragflächen ermöglichen es ihr, in einer Sekunde zwei Kilometer durch den Himmel zu jagen. John Hutchinson hat die Concorde 15 Jahre lang geflogen. Am besten könnte man sie als reinrassiges Pferd beschreiben. Sie war ein wunderschönes, gut reagierendes, mächtiges Flugzeug. Man könnte sie mit einem Kentucky Derby-Sieger vergleichen, wenn Sie so wollen. Um 13.30 Uhr haben alle Passagiere für ihre Überschallreise eingecheckt. Der Pilot, Kapitän Christian Marti, sitzt bereits im Cockpit und bereitet alles für den Flug vor. Die Urlauber befinden sich in guten Händen. Der 54-jährige Marti ist einer der erfahrensten Piloten bei der Air France. Ein Abenteurer mit außergewöhnlichen Talenten. 1982 surfte Christian Marti als erster Franzose über den Atlantik. Er ist eine nationale Berühmtheit. An Bord der Concorde führt Kapitän Marti die Vorflugkontrollen durch. Sein Fluglotse ist der erfahrene Gilles Laugelin, der gerade zu seiner Nachmittagsschicht eingetroffen ist. Ich hatte an diesem speziellen Tag Dienst auf dem südlichen Kontrollturm des Pariser Flughafen Charles de Gaulle. Eigentlich hätte ich frei gehabt, aber einer meiner Kollegen hatte mich am Tag zuvor gebeten, die Schicht mit ihm zu tauschen. Und so übernahm er meine Morgenschicht und ich seine Nachmittagsschicht. Der Schichttausch bringt einen unerwarteten Bonus mit sich. Gilles Laugelin ist jetzt der Fluglotse, der für den Abflug der Concorde verantwortlich ist. Die Concorde gehört zu den schönsten Flugzeugen, die ich je gesehen habe. Sie ist so schnittig. Ich habe es wirklich genossen, dieses Flugzeug landen und starten zu sehen. Bei seinen Vorflugkontrollen bemerkt Flugkapitän Marti, dass Triebwerk Nummer zwei einen technischen Defekt aufweist. Ein kleines Teil muss ausgetauscht werden. Es ist nichts Ernstes, aber bei der Concorde hat Sicherheit immer höchste Priorität. In 40.000 Flügen und 900.000 Flugstunden hat es nie ein Unglück gegeben. Die Reparatur verzögert den Abflug der Concorde um eine Stunde. 15.54 Uhr. Die Passagiere gehen an Bord. Ganz normale Familien auf dem Weg zu einem außergewöhnlichen Abenteuer. Um 16.35 Uhr ist die Concorde startbereit. Die Vorfreude an Bord steigt, als der Überschalljet zur Startbahn rollt. Im Kontrollturm gibt Gilles Laugelin den Air France-Flug 4590 zum Start auf der Startbahn 26 rechts frei. Es ist 16.40 Uhr. Bis jetzt verläuft für die Passagiere und die Besatzung alles normal. Kapitän Marti lässt das Flugzeug an den Anfang der Startbahn rollen, bereit die Schubkraft der 4 Rolls-Royce-Triebwerke der Concorde zu entfesseln. Für den pensionierten Piloten John Hutchinson war dieser Augenblick immer etwas Besonderes. Wenn man die Schubhebel bis zum Anschlag nach vorne schiebt, spürt man diese enorme Woge von Kraft im Kreuz, während das Flugzeug auf der Startbahn beschleunigt und man hat das Gefühl, dass das Flugzeug an diesem Punkt nur noch so schnell wie möglich in die Luft steigen will. Und seine natürliche Umgebung. Im Kontrollturm überwacht Gilles Laugelin den Start. Ich beobachtete, wie die Concorde auf der Startbahn beschleunigte, weil es so ein schöner Anblick ist. Es ist ein sehr schweres Flugzeug. Daher ist es zu Beginn sehr langsam, aber dann gewinnt es an Geschwindigkeit. Die Concorde beschleunigt auf der 4000 Meter langen Startbahn. Sie erreicht eine Geschwindigkeit von über 320 Stundenkilometern und Hilfe von Computergrafiken werden wir nachstellen, was als nächstes geschieht. Für Gilles Laugelin ist es ein Augenblick blanken Entsetzens. Plötzlich sah ich hinter dem Flugzeug Flammen. Ich stürzte also ans Mikrofon und sagte, Air France 4590, Sie haben Flammen hinter sich. Kapitän Marti kann die Flammen nicht sehen, aber bei einer Geschwindigkeit von 328 Stundenkilometern ist die Concorde kurz vor dem Abheben. Es sind nur noch zwei Kilometer bis zum Ende der Startbahn, aber die Concorde benötigt drei, um einigermaßen sicher zum Stehen zu kommen. Bei dieser Geschwindigkeit muss das Flugzeug unter allen Umständen abheben. Der Start konnte nicht mehr abgebrochen werden. Und noch während ich die Flammen beobachtete, sah ich, wie die Nase des Flugzeugs sich in die Luft holt. Um 16.43 Uhr und 15 Sekunden zieht Kapitän Marti den Steuerknüppel nach vorn. Die Concorde steigt in die Luft. So haben Augenzeugen den Concorde-Flug AF 4590 erlebt. Martine Borné arbeitet in einem Büro am Westrand des Flughafens. Um 16.44 Uhr bietet sich ihr ein erschreckender Anblick. Ich blickte aus dem Fenster und sah, wie die Concorde sehr langsam abhob, während der hintere Teil des Flugzeugs in Flammen stand. Ich hatte wirklich Angst, denn bei all den Flammen war ich überzeugt, dass das Flugzeug direkt hier vor dem Büro explodieren würde. Das beschädigte Passagierflugzeug fliegt direkt über das Büro hinweg. In der Nähe von Martins Arbeitsstelle fährt der Kurierfahrer Emmanuel Vermignon mit seinem Lieferwagen am Ende der Startbahn vorbei. Das Wagenfenster war geöffnet und ich trug nur ein Polohemd, als die Concorde über mich hinwegflog. Ich sage Ihnen, die Hitze, die das Flugzeug ausströmte, ließ mein Hemd teilweise schmelzen und ich bekam kleine Brandblasen. Ich konnte die Hitze auf dem Boden spüren. Während Kapitän Marti mit der Steuerung kämpft, um an Höhe zu gewinnen, höhlen Flammen den linken Tragflügel ein, der außerhalb seines Blickwinkels liegt. Der entsetzliche Anblick wird von der Frau eines Lastwagenfahrers mit der Kamera eingefangen. Es ist das einzige Videomaterial, das je von einer in Flammen stehenden Concorde gemacht wurde. Es wird bei der späteren Untersuchung von großer Bedeutung sein. Auf dem Pariser Flughafen hat gerade eine Überschall-Concorde abgehoben. Aber nun brennt das Flugzeug und 109 Menschen an Bord sind in Gefahr. Die nächsten 69 Sekunden werden entscheidend sein. 16 Uhr 43 und 30 Sekunden. Die Concorde kämpft darum, in der Luft zu bleiben. Sie befindet sich nur 30 Meter über dem Boden und das schrottreife Flugzeug ist auf Kollisionskurs. Die Stadt Gonesse mit ihren 25.000 Einwohnern liegt direkt auf seinem Weg. Christine Turpin ist unterwegs zu der von ihr betriebenen Tankstelle in Gonesse. Ich fuhr gerade heim, als ich ein Flugzeug sah. Es war die Concorde, aus deren hinteren Teil Flammen schlugen. Ich fuhr langsamer und langsamer und ich sah das Flugzeug in Flammen stehen. Kapitän Marti kann nichts mehr tun. Der linke Tragflügel der Concorde zerbricht. Geschäftsmann Patrick Tess befindet sich direkt in der Fluglinie. Ich war in meinem Büro und sprach mit einer Agentur. Die Fenster gingen auf die Rollbahn hinaus und ich wurde durch einen unglaublichen Krach unterbrochen. Es war die Concorde, sie stand in Flammen und hatte schwere Schlagseite. Die Concorde schlingert nach links. Das Flugzeug kommt zum Stillstand und stürzt zu Boden. Es ist 4 Uhr 45. Dies ist ein Moment, vor dem sich jeder Fluglotse fürchtet. Gilles Lojlin greift nach dem Mikrofon. Ich rief die Air France und sagte, Air France 4590, können Sie mich hören? Air France 45, 90, me recevez-vous? Ich wiederholte es. Air France 45, 90, me recevez-vous? Es gab keine Antwort. Der vollgetankte Überschalljet mit 109 Menschen an Bord stürzt direkt auf ein Hotel am Stadtrand von Gonesse. Ein furchtbarer Feuerball rast durch das Gebäude. Die britische Lehrerin Alice Brookking hat gerade ihr Zimmer am ersten Stock bezogen. Ich lief sofort zu meiner Zimmertür. Ich sah die Flammen und begriff, dass es kein Entkommen über die Treppe gab. Ich sportete durchs Zimmer am Bett vorbei zum Fenster. Glücklicherweise sah ich unten auf dem Parkplatz den Empfangschef stehen. Er sagte nur, sie müssen springen. Zur gleichen Zeit wird auch Christine Turpin Zeugin der Explosion und befürchtet das Schlimmste. Es stürzte ab. Es sah so aus, als wäre es auf der Tankstelle gelandet. Und weil sich meine Tochter und das Mädchen, das für mich arbeitet, dort befanden, dachte ich, dass sie alle beide tot wären. Als Christine Turpin dort ankommt, fällt die Armlehne eines Passagiersitzes auf die Tankstelle. Sie führt Christine auf schauerliche Weise das Schicksal der Passagiere vor Augen. Als ich die Armlehne sah, konnte ich einfach nicht umhin, mir vorzustellen, wie die Menschen an Bord des Flugzeugs sich gefühlt haben mussten. Innerhalb von acht Minuten nach dem Absturz rasen Dutzende von Feuerwehrwagen und Krankenwagen zum Ort des Geschehens. Eine entsetzliche Katastrophe, nicht nur für die Menschen an Bord der Concorde, sondern auch für die Menschen im Hotel. Der örtliche Feuerwehrchef, Kolonel Fabrice Chauvin, leitet die Rettungsarbeiten. Auf der Fahrt dorthin gingen mir viele Dinge durch den Kopf. Das Wichtigste für mich war, die Rettungsarbeiten aufzuteilen. Da war zum einen der Flugzeugabsturz, die Löscharbeiten und die Rettung möglicher Überlebender. Und zum anderen musste eine Versorgung der Verwundeten organisiert werden, bevor sie ins Krankenhaus transportiert werden konnten. Die Intensität des Feuers ist so stark, dass es drei Stunden dauert, ehe es unter Kontrolle gebracht ist. Wie diese Fernsehnachrichtenbilder zeigen, sind das Flugzeug und das Hotel in den verkohlten Überresten nicht wiederzuerkennen. Die Rettungsversuche sind nutzlos. 113 Menschen sterben. Vier Menschen aus dem Hotel und die 109 Passagiere und Besatzungsmitglieder der Concorde. Die Rettungsarbeiter beginnen mit der grausigen Aufgabe, die Leichen von der Absturzstelle zu bergen. Eine der toten Hotelangestellten ist die 19-jährige Kenza Rashid. Sie hatte erst einen Tag vor dem Absturz im Hotel angefangen, um sich etwas Urlaubsgeld zu verdienen. Ein weiteres Opfer ist das Zimmermädchen Devranée Shundun Singh. Sie hinterlässt zwei Kinder. Die meisten Leichen sind bis zur Unkenntlichkeit verbrannt und die forensischen Pathologen können die Opfer nur anhand von zahnärztlichen Unterlagen identifizieren. Es ist eine qualvolle Zeit für die Angehörigen der Opfer, wie zum Beispiel für Jörg Mayer. Schwieriger war noch die Identifizierung von meinem Vater und seiner Lebensgefährtin. Muss man ja so sagen, es bleibt ja nicht viel übrig, wenn ein Flugzeug abstürzt von den Personen, die da sind. Das war schwierig. Jörg Mayer muss zwei Wochen warten, bevor die Pathologen die Überreste seines Vaters identifizieren können. Da kann man sich vorstellen, dass das nicht gerade leicht ist mit jedem Tag, den es also auch länger dauert. Der Absturz kommt für alle überraschend. Die Concorde, die Königin der Lüfte, das Flugzeug, das Überschallreisen Realität werden lässt. Ein wahrgewordener Traum hatte noch nie einen tödlichen Unfall bis zu diesem Moment. Aber nur 120 Sekunden reichten aus, um dieses perfekte Image zu zerstören. Indem wir die Ereignisse dieses schicksalhaften Tages zurückverfolgen und uns eingehend mit den Untersuchungsergebnissen beschäftigen, können wir aufzeigen, was tatsächlich passiert ist. Eine Simulation mithilfe neuester Computertechnologie wird uns dorthin bringen, wo keine Kamera eindringen kann. Dorthin, wo die Katastrophe ihren Anfang nahm. Die französische Behörde für Luftfahrtunfälle schickt ihre besten Ermittler. Unter Verwendung ihrer Ergebnisse können wir jetzt die tödliche Verkettung von Umständen rekonstruieren und herausfinden, wodurch diese schreckliche Tragödie tatsächlich verursacht wurde. Als die Ermittler ihre Arbeit aufnehmen, ist nichts tabu. Hat der Pilotkapitän Marti einen verhängnisvollen Fehler gemacht? Oder gab es einen versteckten Defekt in diesem perfekten Flugzeug? Die Ermittler überprüfen routinemäßig die Passagier- und Gepäcklisten und finden sofort etwas Verdächtiges. 19 Gepäckstücke, die sich laut Ladebericht gar nicht im Flugzeug hätten befinden dürfen. Sie gehörten keinem der Passagiere des Fluges AF-4590. Könnte ein Terrorist eine Bombe an Bord geschmuggelt haben? Es wäre nicht das erste Mal. 1988 starben 270 Menschen, als Terroristen eine Bombe im Gepäck versteckten, die beim berüchtigten Lockerbie-Vorfall eine Pan Am 747 zerstörte. In Gonesse teilen die Ermittler den Absturzort der Concorde in Rasta auf, um mit ihrer akribischen Suche zu beginnen. Alles, was in den einzelnen Abschnitten gefunden wird, wird fotografiert und etikettiert. Es ist ein sorgfältiger Prozess, der vier Wochen andauert. Danach wird jedes Stück des Wracks fortgeschafft, um identifiziert und analysiert zu werden. Sie werden in drei Hangars in Le Bourget, einem anderen Pariser Flughafen, gelagert. Dieser Trümmerhaufen ist alles, was vom Hotel übrig geblieben ist. Die Wucht des Aufpralls und die Intensität des Feuers sind so stark, dass von einem 40-Zimmer-Gebäude nicht mehr als ein Haufen Schutt übrig bleibt. Und das ist das, was von der Concorde übrig geblieben ist. Eines der weltbesten Beispiele für moderne Technologie ist jetzt nur noch ein verworrener Haufen von verkohltem Schutt, Aluminium, zerschmolzendem Kunststoff und zerbrochener Hydraulik. Die französischen Ermittler trennen und identifizieren jedes Fragment. Unter diesen verbrannten Überresten liegen die Hinweise auf die entscheidende Ursache des Concorde-Absturzes. Innerhalb weniger Stunden entdeckt das Team der französischen Behörde für Luftfahrtunfälle die Blackboxes. Alle Flugzeuge haben diese Geräte an Bord, um wichtige technische Daten und vor allem auch die Unterhaltung der Piloten im Cockpit aufzuzeichnen. Die Experten analysieren die Blackboxes. Es ist kein Geräusch einer Explosion zu hören. Damit ist klar, dass es sich nicht um Terrorismus handelt. Die Ermittler sind gezwungen, nach neuen Hinweisen zu suchen. Sie konzentrieren sich auf die Triebwerksreparatur in letzter Minute, die Kapitän Martin noch unmittelbar vor dem Start angeordnet hatte. Sie wissen, dass die Concorde am Tag zuvor aus New York mit einem Defekt im Bereich der Schubumkehr im zweiten Triebwerk zurückgekehrt war. Mit Hilfe der Schubumkehr wird das Flugzeug nach der Landung abgebremst. Die Ermittler analysieren den Flugdatenrekorder aufs Genaueste, können aber keinerlei Hinweis darauf finden, dass ein Defekt im Bereich der Schubumkehr zu dem Unfall geführt haben könnte. Der Druck, auf die Ermittler eine Antwort zu finden, erhöht sich. Bis dahin setzen die französischen Behörden alle Concorde-Flüge der Air France aus. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die 120 Sekunden nach dem Start der Concorde. Kapitän John Hutchinson hat hunderte von Concorde-Starts hinter sich. Wenn der Kapitän die Startbahn erreicht hat, drückt er auf die Stoppuhr und schiebt die Schubhebel bis zum Anschlag nach vorn. Er hat die Aufgabe, das Flugzeug auf der Startbahn gerade auszuhalten. Die Aufgabe des Co-Piloten ist es, die Geschwindigkeitsansagen zu machen. Der Flugingenieur sitzt daneben und überwacht alle Instrumente, insbesondere diese Instrumententafel mit den Triebwerksanzeigen. Die Auswertungen der Blackbox zeigen, dass alles normal verläuft, bis die Concorde eine Geschwindigkeit von 323 Stundenkilometern erreicht. Sie ist jetzt nur noch 79 Sekunden von der Katastrophe entfernt. Flugdatenrekorder lassen einen plötzlichen Schubverlust an beiden Triebwerken unter der linken Tragfläche erkennen. Sofort danach zeichnet die Blackbox die dramatische Warnung vom Kontrollturm auf. Air France 4590, Sie haben Flammen hinter sich. Trotz dieser Warnung kann der Pilot Christian Marti den Start nicht mehr abbrechen. Die Landebahn reicht nicht mehr aus, um sicher zum Stehen zu kommen. Er muss abheben. Er zog die Steuersäule zurück, um das Flugzeug zu rotieren, mit der Nase nach oben in einen Winkel von 12,9 Grad zu bringen. Hatte aber Schwierigkeiten mit den linken Triebwerken, die nicht die nötige Schubkraft hatten. Er versuchte verzweifelt, das Flugzeug zu kontrollieren und Geschwindigkeit zu gewinnen. Aber er war natürlich machtlos gegenüber dem Problem an den linken Triebwerken. Die Untersuchungen konzentrieren sich jetzt auf die Triebwerke. Warum haben sie an so einem kritischen Punkt an Schubkraft verloren? Nur zwei Minuten nach dem Start stürzt die Air France Concorde mit der Flugnummer AF 4590 ab und reißt 113 Menschen in den Tod. Ein verheerender Rückschlag für das erste Überschall-Passagierflugzeug der Welt. Mithilfe modernster Computergrafiken, die auf dem offiziellen Untersuchungsbericht basieren, werden wir die tödliche Verkettung von Umständen aufdecken. Die Ermittler wissen, dass die beiden linken Triebwerke an Schubkraft verloren, als die Concorde auf der Startbahn eine Geschwindigkeit von 323 Stundenkilometern erreicht hat. Aber warum? Dann gibt es einen wichtigen neuen Hinweis. Die französischen Ermittler finden mehrere Reifenteile auf der Startbahn. Eins davon wiegt viereinhalb Kilo. Tests bestätigen schnell, dass sie zu der Concorde gehören. Das ist eine bedeutsame Spur. Weshalb? Die Reifen der Concorde werden bis zu einem extrem hohen Druck aufgepumpt, was dazu führt, dass sie leichter platzen als bei anderen Flugzeugen, vor allem bei den Starts und Landungen. Pilot John Hutchinson erklärt es so. Wenn der Kapitän die Steuersäule zurückzieht, um zu rotieren, wird das Fahrwerk auf die Startbahn gedrückt, sodass die Reifen und Räder in diesem Moment einer noch größeren Belastung ausgesetzt sind. Dieser zusätzliche Druck macht die Reifen der Concorde noch anfälliger. Jetzt haben die Ermittler eine Spur. Die französischen Unfalluntersucher gehen noch einmal die Akten durch und entdecken, dass Vorkommnisse mit geplatzten Reifen bei der Concorde gar nicht so selten sind. Sie entdecken, dass es im Verlauf von 24 Jahren mehr als 50 Fälle von geplatzten Reifen bei Starts und Landungen gab. Einer der schwerwiegendsten Unfälle betraf 1979 eine andere Air France Concorde, diesmal auf dem Dallas Airport in Washington. Bill Lightfoot war an diesem Tag als Passagier an Bord der Concorde. Ich konnte ein großes, ausgefranstes Loch an der Tragfläche sehen und Stücke von Aluminium oder Alufelgen. Und es drang eine Menge Flüssigkeit aus dem Loch, das in die Tragfläche gerissen worden war. Der offizielle Bericht über dieses Unglück kam zu dem Schluss, dass auf dem Weg zur Startbahn ein Reifen geplatzt war, das freiliegende Metall sich dann stark erhitzte und das Rad daraufhin kurz vor dem Stab explodierte. Das Flugzeug hob ab, konnte aber 20 Minuten später sicher auf dem Boden aufsetzen. Man kam mit dem Schrecken davon, aber der Vorfall führte zu einer gründlichen Überprüfung der Reifensicherheit. Die Concorde-Ingenieure installierten Sensoren, um einen zu niedrigen Reifendruck aufzuspüren, veränderten den Inspektionsprozess der Reifen vor jedem Flug und das Wichtigste, wie uns Luftfahrtexperte David Leermond erklärt, sie entwickelten stärkere Reifen, die das Doppelte der normalen Reifenlast aushalten. Die Anforderungen bei den Testflügen sahen vor, dass das Flugzeug in der Lage sein sollte, auch mit geplatzten Reifen auf der Startbahn zu beschleunigen und ohne Reifen abzuheben. Die Räder wurden dementsprechend entwickelt und haben seither nie wieder versagt. Zumindest 18 Jahre lang nicht, bis dann in Paris etwas furchtbar schiefläuft. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen explodiert ein Reifen der Concorde und zerspringt in tausend Stücke. Die Ermittler stellen weitere Nachforschungen an. Sie untersuchen erneut alle auf der Startbahn gefundenen Trümmerteile und machen dann die wichtigste Entdeckung in der gesamten Untersuchung, diesen mysteriösen 43 cm langen Metallstreifen. Wenn man diesen Metallstreifen mit dem Schaden am Reifen der Concorde vergleicht, sieht man, dass er genau passt. Plötzlich hängt die gesamte Untersuchung von der Herkunft dieses Metallstücks ab. Woher stammt es? Fünf Wochen akribischer Detektivarbeit sind nötig, um es mit den tausenden von Teilen zu vergleichen, aus denen ein Flugzeug besteht. Dann kommt der Durchbruch. Man entdeckt, dass der Metallstreifen von der Triebwerkaufhängung einer DC-10 stammt. Das Logbuch aus Paris zeigt, dass eine DC-10 der Continental Airlines fünf Minuten vor der Concorde gestartet war. Die Ermittler machen das Flugzeug in Houston, Texas ausfindig und unglaublicherweise fehlt der Maschine tatsächlich ein Teilchen. Es ist der Metallstreifen, der 16 Tage zuvor bei Wartungsarbeiten an der DC-10 angebracht worden war. Als David Leermond zum ersten Mal die Fotos von diesem Metallstreifen sieht, reagiert er überrascht. Er hatte sehr scharfe Kanten und das lag nicht nur daran, dass er von der Concorde überrollt worden war. Er war grob geschnitten. Die Kanten waren nicht gerade, nicht einmal als er hergestellt wurde. Hinzu kam, dass Löcher hineingeboren wurden, um Schrauben oder Nieten hindurchzustecken. Und die befanden sich überall. Die Ermittler haben jetzt eine sehr genaue Theorie darüber, auf welche Weise dieser Metallstreifen zu dem Absturz beigetragen hat. 81 Sekunden vor dem Absturz rast die Concorde AF 4590 mit 323 Stundenkilometern die Startbahn hinunter. Der Reifen trifft auf den Metallstreifen. Der Reifen explodiert und ein massiver 4,5 Kilo schwerer Gummibrocken wird mit hoher Geschwindigkeit gegen die Tragfläche geschleudert. In den Tragflächen befinden sich jedoch die Treibstofftanks der Concorde. Und die deltaförmigen Tragflächen sind nicht dafür ausgelegt, einem solchen Aufprall zu widerstehen. Eine derartige Möglichkeit war bei den Testflügen nicht in Erwägung gezogen worden. Bei allen Testflügen ging man davon aus, dass im Falle einer Reifenexplosion die Reifenteile, die vom Rad weggeschleudert werden, nicht mehr als ein Kilogramm wiegen würden. Das Reifenstück, das an diesem Tag die Tragfläche der Concorde traf, wog fast fünfmal so viel, 4,5 Kilo. Niemand hatte einen solchen Aufprall vorhergesehen. Hinzu kommt, dass man den großen Gummibrocken mit der Delle auf dem Tragflügel verglichen hat. Aber überraschenderweise ist er an dieser Stelle nicht durchlöchert. Wenn der schwere Gummibrocken die Tragfläche also nicht durchschlagen hat, wie konnte dann der Treibstoff auslaufen? Das Reifenstück, das die Tragfläche traf und den Schaden verursachte, war so groß und flach, dass es trotz seiner Schwere die Tragfläche nicht durchschlug. Aber es verursachte eine enorm starke Schockwelle im Treibstoff, die den Treibstofftank an einer Stelle zum Berstenbark. Als der Gummibrocken auf den Tragflügel trifft, entsteht eine Schockwelle, die den schwächsten Punkt im Tank findet. Der Treibstoff läuft aus. 75 Liter Treibstoff pro Sekunde ergießen sich ins Triebwerk. Aber selbst wenn Treibstoff in das Triebwerk läuft, ist noch ein Funke nötig, der ihn entzündet. Woher kam dieser Funke? Die Air France Concorde mit der Flugnummer AF 4590 stürzt nach dem Start vor Pariser Flugrafen Charles de Gaulle ab. Unsere Computergrafiken können eine virtuelle Kamera auf der Startbahn simulieren, um die Unglücksursache aufzuzeigen. Als das Flugzeug die Startbahn hinunterrast, bringt ein scharfkantiger Metallstreifen einen Reifen zum Platzen. 81 Sekunden vor dem Absturz fliegt ein schwerer Gummibrocken in die Treibstofftanks. Treibstoff ergießt sich über die Triebwerke. Das allein reicht noch nicht aus, um eine Katastrophe auszulösen. Dazu ist noch ein Funke nötig. Vom Stimmenrekorder im Cockpit wissen wir, dass die Piloten beim Start Schwierigkeiten mit dem Fahrgestell haben. Als die Concorde in die Luft steigt, ordnet der Pilot Christian Marti an, das Fahrgestell einzufahren. Aber es lässt sich nicht mehr einfahren. Die einzige Videoaufnahme, die von diesem Unglücksflug existiert, liefert einen weiteren Beweis. Sie zeigt, dass das Fahrgestell noch ausgefahren ist. Warum konnte es nicht eingezogen werden? Die wahrscheinlichste Erklärung dafür sehen Sie in dieser Computersimulation. Teile des geplatzten Reifens fliegen in den Fahrwerksschacht und zerfetzen dort Stromkabel. Das Fahrwerk lässt sich nicht mehr einziehen. Schlimmer noch, die freiliegenden Kabel wirbeln in der sturmähnlichen Luftströmung herum. Wenn die ungeschützten Kabel sich berühren, entstehen Funken. Und wie das Schicksal es will, berühren sie sich. Dieser Kontakt entzündet den auslaufenden Treibstoff und in diesem Moment wird die Concorde zu einer fliegenden Bombe. Wir können Ihnen jetzt sagen, wie Kapitän Marti im Cockpit die Situation erlebt hat. Von seinem Pilotensitz aus kann er die Flammen nicht sehen. Er weiß nur, dass die Concorde im Augenblick des Abhebens im Triebwerk zwei an Schubkraft verliert. Eine Sekunde später macht ihn der Tower auf das Feuer aufmerksam. Computergrafiken zeigen, wie die Concorde ausgesehen haben muss. Was die Sache für Kapitän Marti noch verschlimmert ist, dass Triebwerk eins jetzt ebenfalls an Schubkraft verliert. Die Ereignisse haben sich gegen ihn verschworen. David Lehmont erklärt, warum. Es ergoss sich eine riesige Menge Treibstoff aus diesem ziemlich großen Loch. Das ließ das Triebwerk buchstäblich austrocknen, sodass es nach und nach an Schubkraft verlor und irgendwann ganz ausfiel. Die Piloten hatten also nur noch zwei Triebwerke auf der rechten Seite, obwohl sie normalerweise an vier gewöhnt waren. Es hätte zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt passieren können. Kapitän Marti braucht ein Maximum an Schubkraft und die Startbahn ist nicht mehr lang genug, um zum Stehen zu kommen. Er kämpft darum, die Concorde in die Luft zu bringen. Der Stimmenrekorder im Cockpit zeigt, dass um 16 Uhr 43 und 22 Sekunden der Feueralarm des Triebwerks ausgelöst wird und drei Sekunden später schaltet der Kapitän Triebwerk zwei ab. Die Feueralarmübungen sehen vor, dass man das Triebwerk abschaltet, die Treibstoffzufuhr blockiert und dann den Feuerlöscher für dieses Triebwerk einschaltet, um zu versuchen, das Feuer zu löschen. Die Concorde ist jetzt noch 53 Sekunden von der Katastrophe entfernt. Gilles Marti die angeschlagene Maschine zur nächsten Landebahn auf den Le Bourget Flughafen zu fliegen. Er liegt nur fünf Kilometer entfernt. Aber nun ergibt sich ein neues Problem für Kapitän Marti. Das Feuer ist jetzt so stark, dass der Flügel der Concorde schmilzt und zerbricht. An der Hinterkante der Concorde Flügel befinden sich Steuerelemente, die man als Elevance bezeichnet. Damit kann der Pilot die Nase des Tragwerk des Flugzeuges sich buchstäblich in Luft auflöste. Damit war die unverzichtbare Steuerungsmöglichkeit für den Piloten zerstört. Zur gleichen Zeit hört man die Rauchmelder der Toiletten auf dem Stimmenrekorder. Für die Passagiere ist der Qualm in der Kabine unerträglich. Die Concorde ist jetzt nur noch 49 Sekunden von der Katastrophe entfernt. Im Cockpit kämpft Christian Marti mit der Steuerung. Er versucht Geschwindigkeit und Höhe zu gewinnen, aber er hat keine Chance, da der Tragflügel mit seiner Steuervorrichtung zerbricht. Noch 33 Sekunden. Der Feueralarm des Triebwerkes ist erneut zu hören und erklingt während des restlichen Fluges ununterbrochen. Kapitän Marti kann nichts mehr tun. Selbst die Landebahn von Le Bourget, die jetzt nur noch drei Kilometer entfernt ist, ist außer Reichweite. Elf Sekunden vor dem Absturz hört man im Kontrollturm die letzten Worte von Christian Marti. Zu spät. Keine Zeit. Noch vier Sekunden. Das Flugzeug sinkt auf unter 15 Meter ab. Drei Sekunden. Die Concorde kann sich nicht mehr länger in der Luft halten. Sie kommt zum Stillstand und schlingert nach links. Direkt unter ihr befindet sich ein Hotel. Das Flugzeug wird gleich runterkommen. Nur 118 Sekunden nachdem die Concorde ihre Beschleunigung auf der Startbahn begonnen hat, sehen 109 Menschen dem Tod ins Gesicht. Zwei Sekunden später stürzt sie auf ein Flughafenhotel. Alle 100 Passagiere und die neuen Besatzungsmitglieder an Bord werden getötet, genauso wie vier Menschen im Hotel. Fluglotse Gilles Laugelin hat die Concorde beim Start zu ihrem schicksalhaften Flug überwacht und ist Augenzeuge dieser entsetzlichen letzten Sekunden. Ich wusste, dass alles vorbei war. Ich wusste, es war die Bestätigung einer Realität, die ich nicht wahrhaben wollte. Und weil ich bis zu diesem Moment immer noch glaubte, dass es nicht wahr sein kann, dass es keine Realität war, gab mir der Absturz die Gewissheit, dass es vorbei war. Das, was nicht passieren konnte, war passiert. Es war ein wirklicher Absturz. Die Concorde, das einzige erfolgreiche Überschallpassagierflugzeug der Welt, zerstört in nur 120 Sekunden ihr seit 25 Jahren bestehendes perfektes Image als unfallfreies Flugzeug. Es ist ein Absturz von unvorstellbarem Schrecken. Die Passagiere hatten nur wenige Sekunden Zeit, um sich auf den Tod vorzubereiten. Der Anwalt Christoph Wellens spricht für die Opfer. Die Insassen relativ schnell bemerkt haben, dass mit dem Flugzeug etwas nicht in Ordnung ist. Das Flugzeug ist gar nicht hoch gekommen, es ist relativ niedrig geflogen über dem Grund. Dann ist das Flugzeug abgekippt geflogen. Ich denke, dass und dass die sicherlich sich auf ihren Tod vorbereitet haben. Zwei Tage später wird den Angehörigen gestattet, Blumen am Absturzort niederzulegen. Selbst heute noch empfinden sie ein starkes Verlustgefühl. Jörg Meyers Vater kam bei dem Absturz ums Leben. Wir vermissen sicherlich, diese Lücke ist nicht zu schließen. Ist auch deshalb noch schrecklich im Nachhinein, weil er praktisch nicht durch eine ganz normale Erk und eigentlich so aus der Blütezeit, aus dem Leben. Die Katastrophe war auch für die Überlebenden aus Gonesse ein traumatisches Erlebnis. Der Geschäftsmann Patrick Tess kam wie durch ein Wunder davon. Er arbeitet direkt neben dem von der Concorde zerstörten Hotel. Bis heute verfolgen ihn die Ereignisse. Natürlich hatte der Absturz Auswirkungen auf mich. Niemand bleibt von so einer Sache unberührt. Zu sehen, was ich gesehen habe, die Leichen, das Feuer, die Verletzten, das ist schrecklich. Der Geruch verbrannten Fleisches ist einfach grauenhaft. Für die Concorde ist die Pariser Katastrophe der Anfang vom Ende. Drei Wochen nach dem Absturz wird allen Concordes Startverbot erteilt. Air France und British Airways müssen neue umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen für die Concorde vornehmen. Die Reifen werden verstärkt, sodass sie funktionsfähig bleiben, selbst wenn sie von einer 30 cm langen Klinge durchlöchert werden. Ingenieure kleiden die Treibstofftanks von innen mit kugelsicheren Kevlar-Matten aus, damit sie nicht durchlöchert werden können. Die elektrischen Leitungen im Hauptfahrwerkschacht werden verstärkt. Doch die Concorde sollte ihren früheren Ruhm nie wieder erlangen. 14 Monate nach dem Absturz werden die Passagierflüge mit der Concorde wieder aufgenommen. Doch die Kosten für die Wartung und die Aufrüstung der alternden Flotte sind zu hoch. Die Passagierzahlen gehen drastisch zurück. Am 24. Oktober 2003 findet der letzte Passagierflug der Concorde statt. Die erste Ära der Überschallpassagierflüge ist beendet. Die Concorde ist jetzt nur noch ein Museumsstück. Der verhängnisvolle Juli-Nachmittag in Paris ist die Folge einer tödlichen Verkettung von Ereignissen. Ein scharfkantiger Metallstreifen auf der Rollbahn durchlöchert einen Reifen. Dabei wird ein Teil des Rades in die Tragfläche geschleudert. Eine Schockwelle führt dazu, dass Treibstoff aus dem Tank strömt. Und Trümmerteile fliegen in das Fahrgestell und zerreißen ein elektrisches Kabel. Ein Funke entzündet sich und löst im kritischen Moment dem Moment des Abhebens ein Inferno aus. Ab diesem Augenblick ist die Concorde dem Untergang geweiht. Eine Verkettung von Ereignissen die niemand vorhersehen konnte führt am Ende zu ihrer Zerstörung. wo die Katastrophe ihren Anfang nahm. Die französische Behörde für Luftfahrtunfälle schickt ihre besten Ermittler. Unter Verwendung ihrer Ergebnisse können wir jetzt die tödliche Verkettung von Umständen rekonstruieren und herausfinden, wodurch diese schreckliche Tragödie tatsächlich verursacht wurde. Als die Ermittler ihre Arbeit aufnehmen, ist nichts tabu. Hat der Pilotkapitän Marti einen verhängnisvollen Fehler gemacht oder gab es einen versteckten Defekt in diesem perfekten Flugzeug. Die Ermittler überprüfen routinemäßig die Passagier- und Gepäcklisten und finden sofort etwas Verdächtiges. 19 Gepäckstücke, die sich laut Ladebericht gar nicht im Flugzeug hätten befinden dürfen. Sie gehörten keinem der Passagiere des Fluges AF 4590. Könnte ein Terrorist eine Bombe an Bord geschmuggelt haben? Es wäre nicht das erste Mal. 1988 starben 270 Menschen, als Terroristen eine Bombe im Gepäck versteckten, die beim berüchtigten Lockerbie-Vorfall eine Pan Am 747 zerstörte. In Gones teilen die Ermittler den Absturzort der Concorde in Rasta auf, um mit ihrer akribischen Suche zu beginnen. Alles, was in den einzelnen Abschnitten gefunden wird, wird fotografiert und etikettiert. Es ist ein sorgfältiger Prozess, der vier Wochen andauert. Danach wird jedes Stück des Wracks fortgeschafft, um identifiziert und analysiert zu werden. Sie werden in drei Hangars in Le Bourget, einem anderen Pariser Flughafen, gelagert. Dieser Trümmerhaufen ist alles, was vom Hotel übrig geblieben ist. Die Wucht des Aufpralls und die Intensität des Feuers sind so stark, dass von einem 40-Zimmer-Gebäude nicht mehr als ein Haufen Schutt übrig bleibt. Und das ist das, was von der Concorde übrig geblieben ist. Eines der weltbesten Beispiele für moderne Technologie ist jetzt nur noch ein verworrener Haufen von verkohltem Schutt, Aluminium, zerschmolzenem Kunststoff und zerbrochener Hydraulik. Die französischen Ermittler trennen und identifizieren jedes Fragment. Unter diesen verbrannten Überresten liegen die Hinweise auf die entscheidende Ursache des Concorde-Absturzes. Innerhalb weniger Stunden entdeckt das Team der französischen Behörde für Luftfahrtunfälle die Blackboxes. Alle Flugzeuge haben diese Geräte an Bord, um wichtige technische Daten. Die Auswertungen der Blackbox zeigen, dass alles normal verläuft, bis die Concorde eine Geschwindigkeit von 323 Stundenkilometern erreicht. Sie ist jetzt nur noch 79 Sekunden von der Katastrophe entfernt. Flugdatenrekorder lassen einen plötzlichen Schubverlust an beiden Triebwerken unter der linken Tragfläche erkennen. Sofort danach zeichnet die Blackbox die dramatische Warnung vom Kontrollturm auf. Air France 4590, Sie haben Flammen hinter sich. Trotz dieser Warnung kann der Pilot Christian Marti den Start nicht mehr abbrechen. Die Landebahn reicht nicht mehr aus, um sicher zum Stehen zu kommen. Er muss abheben. Er zog die Steuersäule zurück, um das Flugzeug zu rotieren, mit der Nase nach oben in einen Winkel von 12,9 Grad zu bringen. Hatte aber Schwierigkeiten mit den linken Triebwerken, die nicht die nötige Schubkraft hatten. Er versuchte verzweifelt, das Flugzeug zu kontrollieren und Geschwindigkeit zu gewinnen. Aber er war natürlich machtlos gegenüber dem Problem an den linken Triebwerken. Die Untersuchungen konzentrieren sich jetzt auf die Triebwerke. Warum haben sie an so einem kritischen Punkt an Schubkraft verloren? Nur zwei Minuten nach dem Start stürzt die Air France Concorde mit der Flugnummer AF 4590 ab und reißt 113 Menschen in den Tod. Ein verheerender Rückschlag für das erste Überschall-Passagierflugzeug der Welt. Mithilfe modernster Computergrafiken, die auf dem offiziellen Untersuchungsbericht basieren, werden wir die tödliche Verkettung von Umständen aufdecken. Die Ermittler wissen, dass die beiden linken Triebwerke an Schubkraft verloren, als die Concorde auf der Startbahn eine Geschwindigkeit von 323 Stundenkilometern erreicht hat. Aber warum? Dann gibt es einen wichtigen neuen Hinweis. Die französischen Ermittler finden mehrere Reifenteile auf der Startbahn. Eins davon wiegt viereinhalb Kilo. Tests bestätigen schnell, dass sie zu der Concorde gehören. Das ist eine bedeutsame Spur. Weshalb? Die Reifen der Concorde werden bis zu einem extrem hohen Druck aufgepumpt, was dazu führt, dass sie leichter platzen als bei anderen Flugzeugen, vor allem bei den Starts und Landungen. Pilot John Hutchinson erklärt es so. Wenn der Kapitän die Steuersäule zurückzieht, um zu rotieren, wird das Fahrwerk auf die Startbahn gedrückt, sodass die Reifen und Räder in diesem Moment einer noch größeren Belastung ausgesetzt sind. Es gab keine Antwort. Der vollgetankte Überschalljet mit 109 Menschen an Bord stürzt direkt auf ein Hotel am Stadtrand von Gonesse. Ein furchtbarer Feuerball rast durch das Gebäude. Die britische Lehrerin Alice Brookking hat gerade ihr Zimmer am ersten Stock bezogen. Ich lief sofort zu meiner Zimmertür. Ich sah die Flammen und begriff, dass es kein Entkommen über die Treppe gab. Ich sportete durchs Zimmer am Bett vorbei zum Fenster. Glücklicherweise sah ich unten auf dem Parkplatz den Empfangschef stehen. Er sagte nur, sie müssen springen. Zur gleichen Zeit wird auch Christine Turpin Zeugin der Explosion und befürchtet das Schlimmste. Es stürzte ab. Es sah so aus, als wäre es auf der Tankstelle gelandet. Und weil sich meine Tochter und das Mädchen, das für mich arbeitet, dort befanden, dachte ich, dass sie alle beide tot wären. Als Christine Turpin dort ankommt, fällt die Armlehne eines Passagiersitzes auf die Tankstelle. Sie führt Christine auf schauerliche Weise das Schicksal der Passagiere vor Augen. Als ich die Armlehne sah, konnte ich einfach nicht umhin mehr vorzustellen, wie die Menschen an Bord des Flugzeugs sich gefühlt haben mussten. Innerhalb von acht Minuten nach dem Absturz rasen Dutzende von Feuerwehrwagen und Krankenwagen zum Ort des Geschehens. Eine entsetzliche Katastrophe, nicht nur für die Menschen an Bord der Concorde, sondern auch für die Menschen im Hotel. Der örtliche Feuerwehrchef, Colonel Fabrice Chauvin, leitet die Rettungsarbeiten. Auf der Fahrt dorthin gingen mir viele Dinge durch den Kopf. Das Wichtigste für mich war, die Rettungsarbeiten aufzuteilen. Da war zum einen der Flugzeugabsturz, die Löscharbeiten und die Rettung möglicher Überlebender. Und zum anderen musste eine Versorgung der Verwundeten organisiert werden, bevor sie ins Krankenhaus transportiert werden konnten. Die Intensität des Feuers ist so stark, dass es drei Stunden dauert, ehe es unter Kontrolle gebracht ist. Wie diese Fernsehnachrichtenbilder zeigen, sind das Flugzeug und das Hotel in den verkohlten Überresten nicht wiederzuerkennen. Wichtigste für mich war, die Rettungsarbeiten aufzuteilen. Da war zum einen der Flugzeugabsturz, die Löscharbeiten und die Rettung möglicher Überlebender. Und zum anderen musste eine Versorgung der Verwundeten organisiert werden, bevor sie ins Krankenhaus transportiert werden konnten. Die Intensität des Feuers ist so stark, dass es drei Stunden dauert, ehe es unter Kontrolle gebracht ist. Wie diese Fernsehnachrichtenbilder zeigen, sind das Flugzeug und das Hotel in den verkohlten Überresten nicht wiederzuerkennen. Die Rettungsversuche sind nutzlos. 113 Menschen sterben. Vier Menschen aus dem Hotel und die 109 Passagiere und Besatzungsmitglieder der Concorde. Die Rettungsarbeiter beginnen mit der grausigen Aufgabe, die Leichen von der Absturzstelle zu bergen. Eine der toten Hotelangestellten ist die 19-jährige Kenza Rashid. Sie hatte erst einen Tag vor dem Absturz im Hotel angefangen, um sich etwas Urlaubsgeld zu verdienen. Ein weiteres Opfer ist das Zimmermädchen Devranée Shundun Singh. Sie hinterlässt zwei Kinder. Die meisten Leichen sind bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Und die forensischen Pathologen können die Opfer nur anhand von zahnärztlichen Unterlagen identifizieren. Es ist eine qualvolle Zeit für die Angehörigen der Opfer, wie zum Beispiel für Jörg Mayer. Schwieriger war noch die Identifizierung von meinem Vater und seiner Lebensgefährtin. Muss man ja so sagen, es bleibt ja nicht viel übrig, wenn ein Flugzeug abstürzt von den Personen, die da sind. Das war schwierig. Jörg Mayer muss zwei Wochen warten, bevor die Pathologen die Überreste seines Vaters identifizieren können. Und da kann man sich vorstellen, dass das nicht gerade leicht ist, mit jedem Tag, denn es also auch länger dauert. Der Absturz kommt für alle überraschend. Die Concorde, die Königin der Lüfte, das Flugzeug, das Überschallreisen Realität werden lässt. Ein wahr gewordener Traum hatte noch nie einen tödlichen Unfall bis zu diesem Moment. Aber nur 120 Sekunden reichten aus, um dieses perfekte Image zu zerstören. Indem wir die Ereignisse dieses schicksalhaften Tages zurückverfolgen und uns eingehend mit den Untersuchungsergebnissen beschäftigen, können wir aufzeigen, was tatsächlich passiert ist. Eine Simulation mithilfe neuester Computertechnologie. Jörg Mayers Vater kam bei dem Absturz ums Leben. Vermissen sicherlich, diese Lücke ist nicht zu schließen. Er ist auch deshalb noch schrecklich im Nachhinein, weil er praktisch, ja nicht durch eine ganz normale Erkunft. Und eigentlich so aus der Blütezeit, aus dem Leben. Die Katastrophe war auch für die Überlebenden aus Gonesse ein traumatisches Erlebnis. Der Geschäftsmann Patrick Tess kam wie durch ein Wunder davon. Er arbeitet direkt neben dem von der Concorde zerstörten Hotel. Bis heute verfolgen ihn die Ereignisse. Natürlich hatte der Absturz Auswirkungen auf mich. Niemand bleibt von so einer Sache unberührt. Zu sehen, was ich gesehen habe, die Leichen, das Feuer, die Verletzten, das ist schrecklich. Der Geruch verbrannten Fleisches ist einfach grauenhaft. Für die Concorde ist die Pariser Katastrophe der Anfang vom Ende. Drei Wochen nach dem Absturz wird allen Concordes Startverbot erteilt. Air France und British Airways müssen neue, umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen für die Concorde vornehmen. Die Reifen werden verstärkt, sodass sie funktionsfähig bleiben, selbst wenn sie von einer 30 Zentimeter langen Klinge durchlöchert werden. Ingenieure kleiden die Treibstofftanks von innen mit kugelsicheren Kevlar-Matten aus, damit sie nicht durchlöchert werden können. Die elektrischen Leitungen im Hauptfahrwerkschacht werden verstärkt. Doch die Concorde sollte ihren früheren Ruhm nie wieder erlangen. 14 Monate nach dem Absturz werden die Passagierflüge mit der Concorde wieder aufgenommen. Doch die Kosten für die Wartung und die Aufrüstung der alternden Flotte sind zu hoch. Die Passagierzahlen gehen drastisch zurück. Am 24. Oktober 2003 findet der letzte Passagierflug der Concorde statt. Die erste Ära der Überschallpassagierflüge ist beendet. Die Concorde ist jetzt nur noch ein Museumsstück. Der verhängnisvolle Juli-Nachmittag in Paris ist die Folge einer tödlichen Verkettung von Ereignissen. Ein scharfkantiger Metallstreifen auf der Rollbahn durchlöchert einen Reifen. Dabei wird ein Tamm... Auf dem Pariser Flughafen hat gerade eine Überschall-Konkorde abgehoben. Aber nun brennt das Flugzeug und 109 Menschen an Bord sind in Gefahr. Die nächsten 69 Sekunden werden entscheidend sein. 16 Uhr 43 und 30 Sekunden. Die Concorde kämpft darum, in der Luft zu bleiben. Sie befindet sich nur 30 Meter über dem Boden und das schrottreife Flugzeug ist auf Kollisionskurs. Die Stadt Gouness mit ihren 25.000 Einwohnern liegt direkt auf seinem Weg. Christine Turpin ist unterwegs zu der von ihr betriebenen Tankstelle in Gouness. Ich fuhr gerade heim, als ich ein Flugzeug sah. Es war die Concorde, aus deren hinteren Teil Flammen schlugen. Ich fuhr langsamer und langsamer und ich sah das Flugzeug in Flammen stehen. Kapitän Marti kann nichts mehr tun. Der linke Tragflügel der Concorde zerbricht. Geschäftsmann Patrick Tess befindet sich direkt in der Fluglinie. Ich war in meinem Büro und sprach mit einer Agentur. Die Fenster gingen auf die Rollbahn hinaus und ich wurde durch einen unglaublichen Krach unterbrochen. Es war die Concorde, sie stand in Flammen und hatte schwere Schlagseite. Die Concorde schlingert nach links. Das Flugzeug kommt zum Stillstand und stürzt zu Boden. Es ist 4 Uhr 45. Dies ist ein Moment, vor dem sich jeder Fluglotse fürchtet. Gilles Logelein greift nach dem Mikrofon. Ich rief die Air France und sagte, Air France 4590, können Sie mich hören? Air France 4590, me recevez-vous? Ich wiederhörte es. Air France 4590, me recevez-vous? Es gab keine Antwort. Es gab keine Antwort. Passagierflugzeug der Welt. Mit Hilfe modernster Computergrafiken, die auf dem offiziellen Untersuchungsbericht basieren, werden wir die tödliche Verkettung von Umständen aufdecken. Die Ermittler wissen, dass die beiden linken Triebwerke an Schubkraft verloren, als die Concorde auf der Startbahn eine Geschwindigkeit von 323 Stundenkilometern erreicht hat. Aber warum? Dann gibt es einen wichtigen neuen Hinweis. Die französischen Ermittler finden mehrere Reifenteile auf der Startbahn. Eins davon wiegt viereinhalb Kilo. Tests bestätigen schnell, dass sie zu der Concorde gehören. Das ist eine bedeutsame Spur. Weshalb? Die Reifen der Concorde werden bis zu einem extrem hohen Druck aufgepumpt, was dazu führt, dass sie leichter platzen als bei anderen Flugzeugen, vor allem bei den Starts und Landungen. Pilot John Hutchinson erklärt es so. Wenn der Kapitän die Steuersäule zurückzieht, um zu rotieren, wird das Fahrwerk auf die Startbahn gedrückt, sodass die Reifen und Räder in diesem Moment einer noch größeren Belastung ausgesetzt sind. Dieser zusätzliche Druck macht die Reifen der Concorde noch anfälliger. Jetzt haben die Ermittler eine Spur. Die französischen Unfalluntersucher gehen noch einmal die Akten durch und entdecken, dass Vorkommnisse mit geplatzten Reifen bei der Concorde gar nicht so selten sind. Sie entdecken, dass es im Verlauf von 24 Jahren mehr als 50 Fälle von geplatzten Reifen bei Starts und Landungen gab. Einer der schwerwiegendsten Unfälle betraf 1979 eine andere Air France Concorde, diesmal auf dem Dallas Airport in Washington. Bill Lightfoot war an diesem Tag als Passagier an Bord der Concorde. Ich konnte ein großes, ausgefranstes Loch an der Tragfläche sehen und Stücke von Aluminium- oder Alufelgen. Und es drang eine Menge Flüssigkeit aus dem Loch, das in die Tragfläche gerissen worden war. Der offizielle Bericht über dieses Unglück kam zu dem Schluss, dass auf dem Weg zur Startbahn ein Reifen geplatzt war, das freiliegende Metall sich dann stark erhitzte und das Rad daraufhin kurz vor dem Stab explodierte. Das Flugzeug hob ab, konnte aber 20 Minuten später sicher auf dem Boden aufsetzen. Man kam mit dem Schrecken davon, aber der Vorfall führte zu einer gründlichen Überprüfung der Reifensicherheit. Die Concorde-Ingenieure installierten Sensoren, um einen zu niedrigen Reifendruck aufzuspüren, veränderten den Inspektionsprozess der Reifen vor jedem Flug und das Wichtigste, wie uns Luftfahrtexperte David Leermond erklärt, Sie entwickelten stärkere Reifen, die das Doppelte der normalen Reifenlast aushalten. Die schüttelten die Anforderungen bei neun Menschen dem Tod ins Gesicht. Zwei Sekunden später stürzt sie auf ein Flughafenhotel. Alle 100 Passagiere und die neun Besatzungsmitglieder an Bord werden getötet, genauso wie vier Menschen im Hotel. Flugglotze Gilles-Logelin hat die Concorde beim Start zu ihrem schicksalhaften Flug überwacht und ist Augenzeuge dieser entsetzlichen letzten Sekunden. Ich wusste, dass alles vorbei war. Ich wusste, es war die Bestätigung einer Realität, die ich nicht wahrhaben wollte. Und weil ich bis zu diesem Moment immer noch glaubte, dass es nicht wahr sein kann, dass es keine Realität war, gab mir der Absturz die Gewissheit, dass es vorbei war. Das, was nicht passieren konnte, war passiert. Es war ein wirklicher Absturz. Die Concorde, das einzige erfolgreiche Überschallpassagierflugzeug der Welt, zerstört in nur 120 Sekunden ihr seit 25 Jahren bestehendes perfektes Image als unfallfreies Flugzeug. Es ist ein Absturz von unvorstellbarem Schrecken. Die Passagiere hatten nur wenige Sekunden Zeit, um sich auf den Tod vorzubereiten. Der Anwalt Christoph Wellens spricht für die Opfer. Die Insassen haben es relativ schnell bemerkt haben, dass mit dem Flugzeug etwas nicht in Ordnung ist. Das Flugzeug ist gar nicht hochgekommen. Es ist relativ niedrig geflogen über dem Grund. Dann ist das Flugzeug abgekippt geflogen. Ich denke, dass die Passagiere sehr früh gewusst haben, dass etwas ganz Schlimmes passieren wird. Und dass die sich sicherlich auf ihren Tod vorbereitet haben. Zwei Tage später wird den Angehörigen gestattet, Blumen am Absturzort niederzulegen. Selbst heute noch empfinden sie ein starkes Verlustgefühl. Jörg Mayers Vater kam bei dem Absturz ums Leben. Vermissen sicherlich, diese Lücke ist nicht zu schließen. Ist auch deshalb noch schrecklich im Nachhinein, weil er praktisch nicht durch eine ganz normale Erkrankung und eigentlich so aus der Blütezeit, aus dem Leben. Dass sie zu der Concorde gehören, das ist eine bedeutsame Spur. Weshalb? Die Reifen der Concorde werden bis zu einem extrem hohen Druck aufgepumpt, was dazu führt, dass sie leichter platzen als bei anderen Flugzeugen, vor allem bei den Starts und Landungen. Pilot John Hutchinson erklärt es so. Wenn der Kapitän die Steuersäule zurückzieht, um zu rotieren, wird das Fahrwerk auf die Startbahn gedrückt, sodass die Reifen und Räder in diesem Moment einer noch größeren Belastung ausgesetzt sind. Dieser zusätzliche Druck macht die Reifen der Concorde noch anfälliger. Jetzt haben die Ermittler eine Spur. Die französischen Unfalluntersucher gehen noch einmal die Akten durch und entdecken, dass Vorkommnisse mit geplatzten Reifen bei der Concorde gar nicht so selten sind. Sie entdecken, dass es im Verlauf von 24 Jahren mehr als 50 Fälle von geplatzten Reifen bei Starts und Landungen gab. Einer der schwerwiegendsten Unfälle betraf 1979 eine andere Air France Concorde, diesmal auf dem Dallas Airport in Washington. Bill Lightfoot war an diesem Tag als Passagier an Bord der Concorde. Ich konnte ein großes, ausgefranstes Loch an der Tragfläche sehen und Stücke von Aluminium oder Alufelgen. Und es drang eine Menge Flüssigkeit aus dem Loch, das in die Tragfläche gerissen worden war. Der offizielle Bericht über dieses Unglück kam zu dem Schluss, dass auf dem Weg zur Startbahn ein Reifen geplatzt war, das freiliegende Metall sich dann stark erhitzte und das Rad daraufhin kurz vor dem Stab explodierte. Das Flugzeug hob ab, konnte aber 20 Minuten später sicher auf dem Boden aufsetzen. Man kam mit dem Schrecken davon, aber der Vorfall führte zu einer gründlichen Überprüfung der Reifensicherheit. Die Concorde-Ingenieure installierten Sensoren, um einen zu niedrigen Reifendruck aufzuspüren, veränderten den Inspektionsprozess der Reifen vor jedem Flug und das Wichtigste, wie uns Luftfahrtexperte David Leermond erklärt, sie entwickelten stärkere Reifen, die das Doppelte der normalen Reifenlast aushalten. Die Anforderungen bei den Testflügen sahen vor, dass das Flugzeug in der Lage sein sollte, auch mit geplatzten Reifen auf der Startbahn zu beschleunigen und ohne Reifen abzuheben. Die Räder wurden dementsprechend entwickelt und haben seither nie wieder versagt. Zumindest 18 Jahre lang nicht, bis dann in Paris etwas furchtbar schiefläuft. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen explodiert ein Reifen der Concorde und zerspringt in 1000 Stücke. Die Ermittler analysieren den Flugdatenrekorder aufs Genaueste, können aber keinerlei Hinweis darauf finden, dass ein Defekt im Bereich der Schubumkehr zu dem Unfall geführt haben könnte. Der Druck, auf die Ermittler eine Antwort zu finden, erhöht sich. Bis dahin setzen die französischen Behörden alle Concorde-Flüge der Air France aus. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die 120 Sekunden nach dem Start der Concorde. Kapitän John Hutchinson hat hunderte von Concorde-Starts hinter sich. Wenn der Kapitän die Startbahn erreicht hat, drückt er auf die Stoppuhr und schiebt die Schubhebel bis zum Anschlag nach vorn. Er hat die Aufgabe, das Flugzeug auf der Startbahn gerade auszuhalten. Die Aufgabe des Co-Piloten ist es, die Geschwindigkeitsansagen zu machen. Der Flugingenieur sitzt daneben und überwacht alle Instrumente, insbesondere diese Instrumententafel mit den Triebwerksanzeigen. Die Auswertungen der Blackbox zeigen, dass alles normal verläuft, bis die Concorde eine Geschwindigkeit von 323 Stundenkilometern erreicht. Sie ist jetzt nur noch 79 Sekunden von der Katastrophe entfernt. Flugdatenrekorder lassen einen plötzlichen Schubverlust an beiden Triebwerken unter der linken Tragfläche erkennen. Sofort danach zeichnet die Blackbox die dramatische Warnung vom Kontrollturm auf. Air France 4590, Sie haben Flammen hinter sich. Trotz dieser Warnung kann der Pilot Christian Marti den Start nicht mehr abbrechen. Die Landebahn reicht nicht mehr aus, um sicher zum Stehen zu kommen. Er muss abheben. Er zog die Steuersäule zurück, um das Flugzeug zu rotieren, mit der Nase nach oben in einen Winkel von 12,9 Grad zu bringen. Er hatte aber Schwierigkeiten mit den linken Triebwerken, die nicht die nötige Schubkraft hatten. Er versuchte verzweifelt, das Flugzeug zu kontrollieren und Geschwindigkeit zu gewinnen. Aber er war natürlich machtlos gegenüber dem Problem an den linken Triebwerken. Die Untersuchungen konzentrieren sich jetzt auf die Triebwerke. Warum haben sie an so einem kritischen Punkt an Schubkraft verloren? Nur zwei Minuten nach dem Start stürzt die Air France Concorde mit der Flugnummer AF 4590 ab und reißt 113 Menschen in den Tod. Ein verheerender Rückschlag für das erste Überschall-Passagierflugzeug der Welt. Mithilfe modernster Computergrafiken, die auf dem offiziellen Untersuchungsbericht basieren, in der 팔�ettre George and George, am Anfang mit 1845. Wie ist das?